Ich begrüße Sie bei der Firma Medeke in Nordheim. Wir erstellen komplette Bäder. Wir haben hier eine Badausstellung auf 120 Quadratmetern. Das komplette Bad aus einer Hand gehört zu unserem Leistungsumfang. Weiterhin können Sie von uns jeglicher Art Heizungsanlage bekommen, für das Einfamilienhaus bis zur großen Gewerbeanlage. Wir arbeiten sehr viel mit regenerativen Energien, Holzkessel, Pelletkessel, Solaranlagen und Werbepunkten. Ich lerne im Beruf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heiz- und Flieger- und Lüftungstechnik bei der Firma Medeke in Nordheim. Die Ausbildung beträgt dreieinhalb Jahre. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und mache richtig Spaß. Das Handwerk ist Zukunft und bietet Perspektive. Vielen Dank.